so lieben zurück zu einer neuen runde las kars erst jetzt schnell wird dahinter dass man die vierer noch kriegen dass man die rüstung machen können so wir holen uns jetzt noch die vier und falls der server chat mal die nachrichten die ist ja quatsch das video sieht dann ja es gerade lustig auf den server schätzt ich bin der tod ist mache ich mal schiebst das hätte um was es geht finde ich lustig schämt ihr mal hoch er kann aber ein bisschen mitlesen was die alles so schreit wenn sie es dann selber im video nach sehen dann sagen so was habe ich denn logisch rügel lösliche sache abgeschrieben ich hoffe die drei jahre ja klar müssen wir noch schaffen jetzt muss man schaffen das spricht ja nicht an ich glaube jetzt habt ihr alles gelesen was oben stand da kann ich den chat weil so gefällt mir das schöner näher noch mal runter ich möchte doch schon mal die ex bese fährt euch und was eigentlich ja 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 so ist eine mobs hier geschäft geschäftig brauche ich ja es ist dann so kann ich nicht wird schon sagen dann konnte ich hier nicht auch kriegen ja kommt dreimal ist natürlich noch kill dann gibt es neue rüstung normalerweise kennen wir doch eigentlich die rüstungsquests mit xp verbinden doch noch gleich zwei level ab jetzt wäre eigentlich auch so schlecht weil dann noch die waffe braucht das müssen wir hier auch noch machen und ich glaube die geht ja gut geht das 220 glaube ich die waffen quest aber das nehmen wir alles später in angriff und ich sage ich nicht sagen ist zweimal noch zwei war noch daraus geschaffen sollte man ja schocken und am anfang wüstung zu plus ein schwein ziehen dass er nicht aussieht aber ablegen und ich sage und am kopf wie es aussieht gucken wie es aussieht die von mir aus können da noch zwei sekunden ich bin schon die rüstung sind die andere haben wir auch dann fasst die haben wir ja schon so da ist und es geht die antragen ja schon die 220 gesagt aber warum sind wir dahinter naja stand auf weil da hinten eigentlich die bosse ja sind deswegen haben wir dahinter gerannt aber dass der bosse hier unten steht das wusste ja also wusste ich jetzt nicht dir auch co admin black lady dir auch eine schöne gute nacht wenn du das video siehst zu dem zeitpunkt wünsche dir auch eine gute nacht wo wir ja wir hier aber ist für mich wird die nacht doch ein bisschen länger weil ich wie gesagt ich habe noch bisschen mehr vor lassen sie den lc und dann naja woanders ich habe ich auch noch was vor aber da war ja schon bei 215 noch mal kurz zu mir hat jemand mal geschrieben du lispels ja das licht aber daran ich bin sachsen ist okay das schreibt wenn es so ist ja manchmal vergesse ich immer so sich öffnen dann bin ich so im video trenne gerade hier bei den lc hier oder bin ich immer so gerade drin weil man hier so schön viel fahren kann immer so drin vergessen dass ich aufnehmen und dann mache ich mit mir selbst so wir haben es geschafft jetzt rüstung abholen mal gucken wie es aussieht mal gucken wie sie aussieht hier anklicken durch die ganze lc welt so doch mit dem bus abgeben ja das hier rechen wo die frage wo die abgeben ich gehe mal die ab nochmal die ist fertig lieber 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 heiko hier hinten das wasser abgeben da muss er angenommen komplett neu ist so normal da haben wir so dann ließen wir mal hier ab da wird die rüstung oder wie ich nun mal ist das jetzt ist kommen oder so müssen wir aber leider bleibe weil wir müssen sie ja bisschen verbessert legen wir das mal an ja so und zwar brauchen wir material und zwar davon wollen wir uns gleich mal auch gleich mal so und so davon waren ja es ist ja ja nein quatsch es ist doch doch er hier so sockel schlecht sollte es jetzt in dem video nicht alles klappen ich mache das dann noch spontan so fertig ihr wisst ja wie es auch um geht na brauche ich euch jetzt nicht zu zeigen das meinte und dann so fertig weil das wie gesagt ihr wisst ja selber wie es geht ne aber jetzt wollen wir jetzt immer dabei sind machen wir das noch sechs sockel ja sechs ja die lassen wir mal ja brauchen wir jetzt mal nicht würde ich sagen als mehr sechse also mehr wo war schon nicht aber sechse ist gut sechs ist gut nein kann man das nicht eigentlich so reinziehen noch einmal ja fünf geht eigentlich hoch die sechse brauchen schon nein so das gleiche spiel noch mal hier sind also naja gut hier habe ich die ganzen was ja sechs sockel geht das das können wir das können wir lassen schwarzen heute im weil wir müssen ja eben zitiere hier mit 220 juli ja die ander unterreichten jetzt mal sechs handschuhe und stiefel sind eigentlich immer hier die hier so gut ich würde sagen ich mache das jetzt hier noch fertig mit der ganzen zockelei und und dann sehen wir uns im nächsten video wieder und machen im meer hat weiter für die waffe alles klar ihr lieben mega daumen für euch und tschüss